Hi, Dude. What's up? Okay, das klingt so, als wäre das irgendwie richtig. Glaube ich. Oder? Hm. Ich mach mal Tiertransit zum Schmiedturm. Das heißt, ich muss jetzt mich erst mal drehen und dann den zweiten irgendwo... Also... Ich komm nicht durch. Wenn Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Okay. Ich will mich beschweren. Hallo. Beschwerde einreichen. Äh, nö, was mach ich denn dann? Denken wär ja immer so ne Idee, aber denken ist ja immer nicht so meins, ne? Ich geh einfach mal irgendwo lang, ne? Aber vorsichtig. Wie kann ich mich gleich nochmal ducken? Es können ja hier immer Leute rumlaufen. Das hatte ich nämlich schon gemerkt. Irgendwann. Aber momentan sind bisher das Gefährlichste nicht die Leute... Äh, nicht, nicht... Nicht das Alien-Ding, sondern die Leute, die hier rumlaufen. Warum muss dieses verkackte Spiel nur so viel Bass haben? Gerade. Ah. Was ist da? Was ist da? Ah. Unsere Sicherheit kann mich mal. Ich kann ja auch mal irgendwo hinfahren, oder? Scheint so, als wäre das jetzt ne Sackgasse irgendwie, oder? Oder ist wirklich von da kommen? Ich... Ich hab keine Ahnung. Hm. Jolo, warte mal, wir sind von da gekommen. Also, warum geh ich nicht mal hier hoch? Weil ich im Kreis laufe. Das könnte die Antwort sein. Ah, ich bin... Transit rufen. Auf der anderen Seite geht's nicht, oder? Strom wiederherstellen, Strom wiederherstellen. Nochmal. Okay, was sagt die Map? Zum Maschinenraum... Plattform. Trasit zur Solomus Habitat. Ah, warte mal, da finden sie einen Aufzug zu Sexton's Communications. Ähm, okay. Einfach mal alles abgrasen. Warum nicht, ne? Würde ich sagen. Toot. 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 Beep. 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 es ist ein doch ist ja 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 mal gucken ob das jetzt soweit richtig war ich meine das wechselnde maps dauert ja immer ewig ewig mein rücken tut weh und ich kann mich nicht anlehnen wegen dem greenscreen weil wenn ich zu nahe rangehe werfe ich einen schatten und es darf keine schatten geben und mein rücken tut weh so ich hab jetzt einfach mal so das geht voll so ich habe mir was in den hintern geschoben und jetzt sitze ich aufrechter ich hab mich ich sitze nur auf einem anderen pullover eat und bitte lassen sie gepäck oder ausrüstung nicht unbeaufsichtigt ups wie war das mit dem lehnen so ja genau ich wollte mich umschauen ok 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 ist gerade jemand angekommen es klang so ähm karte ah das sieht richtig aus verdammt ach nö wieder zurück ach und was habt ihr heute so gemacht erstmal was trinken was wahrscheinlich den greenscreen voll außer äh voll in verwirrung bringt weil das auch ein grünes getränk ist ich trinke etwas unsichtbares klick 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 ich dreh mich du gehst mal rein Sonst alles gut bei euch? Freut mich zu hören. Ist schon fast wieder eine Folge vorbei, laut meiner Berechnung. Tja. Oder auch nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Ich will nichts Falsches sagen. Ich will nichts Falsches sagen. Jetzt fahre ich aber mal weiter geradeaus. Oder kann ich nach rechts gehen? Äh, links. Ich versuche mal mit links. Jetzt sind wir wieder hier. Und nach vorne nach hier geht nicht, ne? Klim bleibt uns ja eigentlich nichts weiter übrig, als weiterzufahren, ne? Ich will nichts Falsches sagen. Hm. 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 Das war's für heute. Okay, jetzt hab ich den Lautsprecher eingeschaltet. Ähm. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Diesen Lautsprecher hab ich hier jetzt eingeschaltet. Ich weiß, vielleicht hat's irgendwann nochmal einen Nutzen. Aber egal. Äh, wartet mal. Stell ich mich grad ein bisschen dämlich an? Was? Ah. Oh. Okay. Ach, genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das war das mit diesem... Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich muss den Aufzug irgendwie nehmen. Ich erinnere mich. Scheiße. Lauf. Leute, hier drüben. Hier ist jemand. Ah. Lauf, 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 lauf. Geh da doch rein Hab ich das gelockt? Okay Können die durch die Tür gehen oder was? Äh Ich bin mal hier dieses Ich kann eine Leuchtfackel machen Ich kann ein Medikit machen Das war es bisher Ach, kann ich euch auch Leute verprügeln? Warte mal, wie war das denn? Ich hab doch vorhin zugeschlagen Jetzt kann ich es aktivieren Ich würde wieder schlagen können Vielleicht kann ich das nur umstehen Das würde Sinn ergeben Ich laufe hier mal rum Hier ist auch noch was Warte mal umstehen